Trittfilm-Tage Oberbayern Im Trostberger Stadtkino findet am 20. und 21. Juli 2016 zum fünften Mal das Festival der Trittfilm-Tage statt. Neben dem Screening der Filme werden auf dem Festival auch Workshops wie Nachkartonen, Bluboxing und Schminken angeboten. Wer nicht dabei sein kann, kann sich die Trittfilme ab Mai 2016 auch auf FS1, deinem freien Fernsehen in Salzburg, im TV oder auf der Mediathek anschauen.